Oh man, Freunde, ich muss schnell das ganze Weizen abbauen, denn es wird schon dunkel und ich brauche unbedingt Essen, sonst habe ich keins und zack, zack, zack. Und ich muss schnell nach Hause, komm schon, komm schon, komm schon, ich darf bloß keine Monster sehen und... Ah, warte mal, warte mal, warum ist da ein Creamer, Freunde? Oh man, war das nervt und... Oh nein, da kommen schon die ganzen Zombies. Ey, ich hätte abends nicht rausgehen sollen, ich wusste es doch, das war eine dumme Idee. Okay, ich muss jetzt gegen die Kämpfe... Oh nein, das sind zu viele, Freunde, was mache ich denn jetzt? Das kann doch alles nicht wahr sein. Und zack, erstmal auf die Zombies und zack und zack, nimm das. Wow, woher kommst du denn? Und vielen, vielen Dank, dass du mir hilfst. Okay, wir müssen jetzt diese Zombies besiegen. Ich bin leer und kein Problem, ich helfe gerne und zack, nimm das. Oh man, vielen, vielen Dank, zusammen werden wir das schaffen. Oh, let's go, ihr blöden Zombies, ihr kriegt das zurück. Ganz genau, geht wieder zurück, wo ihr hergekommen seid. Oh, perfekt, ich glaube, wir werden das schaffen, aber die sind echt stark. Okay, ich gebe mein Haus, aber du scheinst echt stark zu sein. Oh nein, das ist der Creamer, ganz vergessen. Oh man, 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 Freunde, was tue ich hier nur? Ich muss schnell weg. Obwohl, warte mal, ich kann nicht einfach abhauen, ich muss dir helfen, komm schon. Äh, du hast es allein erledigt? Oh ja, natürlich, das war doch gar kein Problem. Aber stopp mal kurz, ich glaube, du hast dir wehgetan. Schau, du blutest ja. Wehgetan? Ach, das ist nichts. Äh, wie, das ist nichts? Nein, da muss man aufpassen. Warte mal ganz kurz, ich glaube, ich habe da was für dich. Und zack, perfekt. Ich nehme einfach meine Bandage mit einem Pflaster und jetzt pass mal auf. Und zack, perfekt. Äh, was machst du denn da? Lass das sein. Ähm, wieso denn? Du blutest nicht mehr. Schau, ist schon viel besser, oder? Das war doch nur ein kleiner Kratzer, das war gar nicht nötig. Ähm, wie? Ey, sei doch nicht so bescheiden. Ähm, na gut, im Endeffekt hat es ja geholfen. Dankeschön. Ja, kein Problem. Äh, wie heißt du eigentlich? Wie ich heiße? Ich heiße Leia. Äh, und wie heißt du, wenn ich fragen darf? Ach, ich heiße Semlucky und ich lebe hier schon sehr lange. Naja, schön, dich kennenzulernen. Oh, ähm, Elfer Leia, ist alles in Ordnung? Äh, ob alles in Ordnung ist? Äh, ja, natürlich, da war nur ein paar Momente. Wir haben Hunger, wann ist Essen? Wir haben sowas von Hunger. Wann ist Essen? Wann ist Essen? Wann ist Essen? Wann ist Essen? Was geht denn hier ab, bitte? Können wir essen? Können wir essen? Äh, nehmt einfach mal das hier. Hm? Was denn bitte? Verrotstes Fleisch? Das ist total widerlich. Hast du etwa Zombies wieder erlegt? Äh, oh, schau mal nach vorne. Wer ist denn dieses frische Fleisch dort vorne? Äh, frisches Fleisch. Mal wartet, mal wartet, mal wartet. Können wir ihn essen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ihr werdet ihn nicht essen. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Warum könnt ihr beiden reden? Und, äh, wer sind die bitte sehr? Ähm, die beiden, das sind meine Kameraden. Kameraden? Okay, und warum wollt ihr mich essen? Ähm, das, das ist nur Spaß von denen. Nein, das ist gar kein Spaß. Wie Spaß? Wir haben Hunger. Äh, ihr wollt ihn wirklich essen? Ach, das dürft ihr nicht. Das ist mein Mann. Ich werde ihn heiraten. Äh, heiraten? Davon hatte ich die Rede. Was redest du bitte? Wieso willst du ihn denn heiraten? Seht ihr das auf meinem Arm? Äh, warte mal ein, ein Ring. Siehst du das, Uckri? Aber, aber was ist denn passiert? Warum heiraten? Ähm, das ist eine persönliche Geschichte. Aber die werde ich euch nicht erzählen. Ähm, äh, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 ihr dürft mich nicht essen. Und, äh, wieso heiraten? Ich hab sie nur bandagiert und ihr einen Verband gegeben. Warum jetzt heiraten? P-p-p-pandagieren? Du weißt doch ganz genau, was das in der Werwolf-Tradition heißt. Äh, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, du bist verheiratet. Glückwunsch, mein Bester. Äh, warte, was? Äh, oh man, das ist zu viel für mein Kopf. Ich bin verheiratet, äh, mit ihr? Äh, naja, das ist gar nicht so schlecht, Freunde. Jetzt musst du ja nur noch eine Sache machen. Du weißt ganz genau, Uckri, das muss jeder Werwolf absolvieren. Oh, der sieht überhaupt nicht aus wie ein Werwolf. Wir wollten ihn eben noch essen. Was ist das überhaupt für ein komischer Typ? Kann er dich überhaupt heiraten? Hm? Äh, was sagt ihr denn da bitte? Natürlich werde ich ihn heiraten. Ihr wisst doch, Tradition ist Tradition. Oh, du hast recht. Na gut, dann ist das halt so. Aber er muss gleichgerecht sein, genau. Er muss doch auch so stark werden wie du. Äh, stark werden? Werwolf? Oh man, ihr seid drei komische Wölfe und wollt mich jetzt überzeugen, auch einer zu finden? Das ist alles so viel für mein Kopf. Komisch, was sagst du da denn bitte? Also hör mir mal zu. Wenn du echt ein Werwolf-Fan willst, musst du erstmal die Tradition absolvieren. Äh, Tradition? Warum hast du da ein Schwert in deiner Hand? Oh man, ich verstehe gar nichts mehr. Ey, lass mich Ruhe. Hey, 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 hör mal zu, hör mal zu. Wir werden dir erstmal zeigen, wo wir leben. Und dann machen wir es natürlich. Aber solange musst du dieses ganze Menschenherzchen hier in deiner Hand halten. Ihr habt ein Menschenherz geklaut? Oh nein, nein, nein. Ich weiß ganz genau, was sie mit mir vorhat. Nein, 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 Quatsch, 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 Quatsch. Keine Sorge, keine Sorge. Das ist von einer Kuh, aber es heißt nur so. Ach so, okay, ich verstehe schon. Also, wollt ihr jetzt die Hochzeit planen? Oh ja, das wollen wir. Also Leute, holt die Messer raus. Wir brauchen so eine krasse Hochzeit. Du weißt ganz genau, dass Alpha Rudelhaupt hier heiratet. Und das muss die beste Heirat werden aus dem ganzen Jahr. Aber warte mal, bevor du mich heiraten kannst, musst du zuerst zu einem richtig starken Werwolf werden. Richtig starker Werwolf? Also dem Königthron gerecht? Äh, warte mal, bist du um die Königin? Ganz genau, das ist richtig. Das ist unser Alpha Layer. Und damit du sie heiraten kannst, musst du auch ein Alpha werden. Das heißt, wir haben einen neuen König. Wow, ich werde also zu einem richtig starken Werwolf? Okay, Samlaki, aber zuerst müssen wir dich zu unserem Zuhause führen. Oh ja, oh ja, oh ja, ganz genau. Los, auf in die Verwandlung, Leute. Oh wow, du bist so ein Werwolf geworden. Aber der sieht irgendwie ein bisschen anders aus als die anderen. Oh, wahrscheinlich, weil ihr noch klein seid. Naja, ich folge euch. Oh ja, ganz genau, das ist, weil sie der Alpha ist. Jetzt komm schon mit, jetzt komm schon mit. Ey, denkst du wirklich, Orxy, dass dieser kleine Samlaki, dieses Menschenkind, einfach so ein König werden kann? Hm, ich glaube nicht. Aber wir bringen ihn mal direkt zur Wolfshöhle und werden das Ritual an ihm auswählen. Und dann wird er auch ein Werwolf. Es wird mega, mega spannend. Okay, dann machen wir das so, Freunde. Und habt ihr das gehört? Ich werde einfach so ein cooler Werwolf wie sie. So, das ist unser Schloss. Wow, das ist euer Schloss? Äh, warte mal, ihr habt ein ganzes Schloss? Ich dachte, ihr habt eine Höhle. Ähm, ehrlich gesagt, muss ich euch was verstehen. Weißt du, wir haben das Schloss von den Vampiren geklaut. Und die waren immer unsere Feinde, aber wir haben die besiegt. Oh, wie cool. Das ist genau. Unser Alpha Leia hat uns dabei geholfen. Und jetzt nehmen wir bereits seit Generationen hier. Wow, ey, das sieht hier richtig schön aus. Und, äh, was machen wir jetzt hier? Also, zuerst werden wir dich umziehen. Und danach müssen wir dich zum Werwolf machen. Und mit ein bisschen Glück wirst du zum Stärksten. Oh, wow. Wir werden dann heiraten. Okay, das heißt, ich muss mich jetzt umziehen. Und wo soll ich mich umziehen? Oh, naja, du musst einfach mitkommen. Na los, jetzt komm schon. Ich freue mich so, dass unser Alpha endlich heiraten wird. Na los, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Äh, wow, äh, okay. Hier ist ja schon ein Heiratswagen. Ihr habt ja schon alles vorbereitet. Und du kannst coole Saltes machen. Wie nice ist das denn bitte sehr? Ganz genau das wirst du bald auch können. Aber als erstes musst du ein mega cooler Werwolf werden. Okay, dann komm mal direkt mit. Ähm, okay. Und, äh, wo ist jetzt hier bitte sehr die Umkleide? Naja, das ist euer Schlafplatz. Den werdet ihr dann am Ende des Videos benutzen. Du und Leia. Äh, oh, jetzt übertreibt doch nicht, ihr komischen kleinen Werwölfe. Okay. Na, jetzt komm schon, Sam, Rocky. Wenn du sie wirklich heiratest, dann musst du auch das eine machen. Du weißt schon, sie küssen sie. Schau mal, schau mal, wie hoch das Bett ist. Und wie cool ich darauf springen kann. Okay. Das sieht auch wirklich cool aus. Ja, geht da runter. Das dürfte nicht. Okay, ich zieh mich jetzt um ganz schnell. Und ihr geht jetzt mal bitte kurz weg. Okay, ich hatte aber echt gerne an mir angeschaut, wie seine Körperform ist. Ob der so ein Schwächling ist. Lassen wir Mama und Dad alleine. Ähm, du willst hier bleiben? Nein, du musst auch rausgehen, Leia. Ich kenn dich seit einer Minute. Warte mal, wir heiraten gleich. Wieso soll ich dann rausgehen? Ähm, ja, okay. Dann bleib halt drin. Ändert nichts daran, dass ich dich erst seit einer Minute kenn. Egal, okay. Ich zieh mich jetzt um. Nicht hingucken. Und zack, perfekt, Freunde. Ich bin umgezogen. Wow, wie cool sehe ich denn bitte sehr aus. Schaut euch das an. Leia, sehe ich schön aus? Ja, das sieht richtig gut aus. Oh, danke, Leia. Ich seh wirklich sowas von... Okay, okay, okay. Wow, wie siehst du denn aus? Hm, irgendwie sieht das mir alles so menschlich aus. Der muss noch so ein Werwolf werden. Wie, äh, findet ihr nicht, dass sie schön aussehen? Wo sind denn deine Ohren? Und wo ist denn dein Schweif? Oh, wo sind deine Krallen? Oh, ähm, ja, das müssen wir ja noch machen. Ihr meintet doch, ihr wollt ein Ritual durchführen oder so. Dann lasst uns das jetzt sofort machen. Okay, dann komm direkt mit, dann komm direkt mit. Als allererstes müssen wir aber zum Altar. Zum Altar? Und, äh, wo ist der bitte sehr? Ja, ganz genau. Unser Alpha, beziehungsweise unsere Königin, hat den Altar hier extra aufgestellt für den Fall der Fälle, dass sie irgendwann einfach heiraten wird. Oh, wow, das sieht ja richtig cool aus. Und was machen die ganzen Grabsteine hier? Ja, weißt du was? Ähm, das ist eine Tradition bei den Werwölfen. Du musst immer alle deine ganze Generation neben den Altar begraben. Oh, also die sind dazu da, dass man mehr Energie hat bei der Transformation? Oder wie sieht's aus? Nein, was für Energie? Nein, 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 nein. Die Energie kommt vom Vollmond. Nein, 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 vom Sichelmond. Nein, vom Vollmond. Sicher? Ich dachte, das wäre wieder Vollmond. Egal, also ich bin sowas von gespannt. Warte, ich will mich transformieren. Weißt du, warum die Gräber wirklich da sind? Damit die ganzen Uhr an alles mitbekommen können. Oh, wie cool ist das denn, bitte sehr. Dann muss ich jetzt nur noch warten, bis es Mitternacht wird. Und das kann jetzt lange dauern. Aber warte mal, das muss nicht unbedingt sein. Es gibt einen kleinen Trick, nämlich wenn alle Hashtag Werwolf in die Kommentare schreiben, dann wird es direkt Nacht. Oh, stimmt das wirklich? Okay, Freunde, wir testen es aus. Wenn genügend Leute in die Kommentare schreiben, Hashtag Werwolf, dann wird es vielleicht sofort Mitternacht. Oh, ja, das wird bestimmt funktionieren. Komm schon, lass uns ausprobieren. Okay, drei, zwei, eins und... Oh, wow, es hat wirklich geklappt. Wie cool ist das denn, bitte sehr. Und jetzt können wir anfangen mit der Transformation zum Werwolf. Ganz genau, ganz genau. Aber es kann echt ein wenig schwierig werden. Okay, ich würde sagen, Samlaki, stell dich einfach mal hier hinten hin. Äh, hier hinten zum Grab? Äh, wieso? Das ist genau, wir müssen ein kleines Ritual durchführen. Warte, ich breite das einmal fort. Zack, zack, zack. Äh, was macht ihr da? Äh, nicht, dass ihr irgendwas anderes vorhabt. Ich kenne euch ja noch nicht so lange. Nein, keine Sorge, wir sind liebe Menschen, äh, Werwölfe. Äh, okay, dann glaub ich euch einfach mal... Hey, warte kurz, Flitikus, Minikus, und jetzt mach die Augen zu. Äh, okay, ich mach die Augen zu, aber mach bloß nichts Schlimmes. Wow, siehst du das? Die Flammen sind einfach jetzt blau geworden. Na los, jetzt bist du dran, Königin Leia. Oh ja, ganz genau, jetzt kommt mein Part. Oh man, was hat die denn jetzt vor? Das hört sich alles nach Hexerei an. Was passiert hier? Das kann nicht wahr sein. Wow, ich fühl mich so komisch, Freunde. Mit was bewerten die mich bitte sehr? Wer wollte es sehen? Wow, ah, was passiert hier, Freunde? Und wow, stopp mal kurz, Freunde. Seht ihr das, was ich sehe? Und was ist mit meinem Kopf? Der tut so weh. Ich glaub, die Verwandlung ist vollständig, oder? Oh ja, ganz genau. Ja, du bist jetzt endlich einer von uns. Wow, die Verwandlung hat einfach geklappt. Schaut hier mal deine Krallen an, deine Ohren und einfach dich allgemein. Du siehst fantastisch aus. Du siehst auch viel stärker aus als davor. Davor warst du einfach ein hässlicher Mensch. Genau, du bist breiter geworden, oder? Hässlicher Mensch? Ähm, nein, ich fühl mich noch immer ganz normal. Was wollt ihr nur von mir? Werwölfe sind nicht besser als Menschen. Probier es doch selber. Schau mit deinen eigenen Augen. Als Mensch warst du mega langsam. Oh, jetzt bist du richtig schnell als Werwolf. Oh, wirklich? Okay, ich probier es mal aus. Und drei, zwei, eins. Äh, wow, wie schnell bin ich denn bitte sehr? Du kannst einfach auch so wie wir ein richtiger Wolf werden. Ein richtiger? Ähm, etwa so ein kleiner wie ihr? Oder so ein Werwolf wie Leer? Nein, du bist so ein Werwolf wie Leer. Das kommt drauf an. Also ein kleiner werden, das ist bei uns eher so, weil wir noch Kinder sind. Ja, ja, wir können aber auch kein König werden. Du musst ja Alpha werden. Du musst genauso stark werden wie Leer, sonst kannst du sie nicht heiraten. Ein mega cooler Alpha werden. Oder du kannst, glaube ich, auch ein Biest werden. Aber das hat bisher nur Leer hinbekommen, ja. Okay, dann werde ich das jetzt auch probieren. Und, äh, warte mal. Wie geht das eigentlich? Wie kann ich jetzt auch zum Alpha-Werwolf werden? Also, zuerst musst du dich auf dich selbst fokussieren. Stell dir vor, du bist ein Wolf. Okay, das tue ich. Ich bin ja schon zur Hälfte ein Wolf. Und, ja, und jetzt? Äh, jetzt musst du deine Augen schließen. Okay, ich schließe meine Augen. Und weiter? Und jetzt musst du deine Energie auf dich selbst fokussieren. Okay, das tue ich. Ähm, und... Wow, äh, perfekt. Ich glaube, ich bin ein Wolf. Schau mich an. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Willkommen... Hm, das gefällt dir nicht? Was meinst du bitte, Leia? Du musst es noch weitermachen. Schnell, mach weiter. Äh, noch weiter? Oh, sie will wohl, dass du auch ein Alpha-Wolf wirst. Ihr gefällt das nicht, dass du nur ein normaler bist. Wie soll ich denn weitermachen? Ey, das ist echt schwierig. Ich bin doch schon zu dem roten, coolen Wolf geworden. Schau mich an, wie cool ich bin. Ich kann sogar richtig schnell rennen. Aber wenn du es so sagst, dann versuche ich mein Bestes. Und vielleicht kriege ich noch eine Transformation hin. Ganz genau. Jetzt mach weiter. Ganz schnell. Okay, und Augen schließen. Meine Energie sammeln und... Stopp, 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 stopp. Äh, was ist denn los? Alpha, du weißt doch, das wird so nicht ganz klappen. Es könnte sein, dass ihn die nächste Transformation ins Grab schicken wird. Wir müssen es versuchen. Na gut, na gut, na gut. Hör zu, Semlacki. Ich gebe dir einen kleinen Trank. Den musst du trinken, ja? Äh, einen Trank? Äh, was bewirkt der denn? Äh, okay, und zack, 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 zack. Er wird dir ein wenig helfen. Los, los, los. Äh, okay, ich versuche es nochmal. Äh, und Energie sammeln, anspannen und... Wow! Wow, schaut mich an. Ich bin ja richtig riesig. Es hat geklappt, oh ja. Ja, er hat recht. Und schau deine Augen an. Die sind so klein und süß. Oh ja. Er hat echt total cool aus. Warte mal deinen Mund von innen. Wie sieht das denn aus? Er hat so einen Sixpack, er hat einen Sixpack, Oxy. Du hast recht, er ist total stark. Oh, Freunde. Das ist ein Eightpack, das ist ein Eightpack. Wow. Oh, wow. Wir haben nicht mal einen Onepack, Oxy. Was machen wir denn jetzt? Der ist viel stärker als wir. Wir müssen es einfach zugeben. Okay, hör mir zu. Damit die Heirat aber absolviert werden kann, müssen wir erstmal noch deine Fähigkeiten testen. Ich meine, siehst du aus wie ein Biest, aber bist du auch wirklich eins? Na ja, als erstes musst du an einem mega coolen Parcours teilnehmen. An dieser Challenge, da hat noch nie jemand irgendwas hinbekommen. Du musst es schaffen. Also, es wollten schon viele Lea heiraten, aber niemand hat es hinbekommen? Okay, ich werde es hinbekommen, ganz sicher. Oh ja, dann können wir endlich heiraten. Also los, beeilen wir uns. Ganz genau, der Weg ist echt weit. Jetzt komm schon mit. Okay, wir gehen jetzt los. Und ich bin echt gespannt, ob ich die Hindernisse schaffe. Denn am Ende kann ich dann Lea heiraten. Ihr wisst schon Bescheid, Freunde. Okay, sind wir endlich angekommen und wo sind wir hier, bitte sehr? Oh yeah, ich sage jetzt, wo wir hier sind. Wir sind bei dem extrem krassen Parcours. Das hat bisher noch niemand gemeistert. Wow. Genau. Und du kannst den Parcours nur meistern, wenn du auch ausgewählt bist als König. Also nur der König kann den Parcours meistern. Okay, ich werde es versuchen. Und wo ist eigentlich Lea? Ich wusste, dass du diese Frage hier stellen wirst. Naja, sie hat sich schon das Hochzeitskleid besorgt, aber okay. Du weißt ganz genau. Ja, du darfst die Braut davor niemals sehen. Weißt du, wenn du einen Parcours nämlich nicht bestehst, dann kann sie überhaupt nicht eine Braut werden. Äh, was? Und wenn du es nicht schaffen oder irgendwas passieren, dann wirst du Lea ja nie wiedersehen. Okay, ihr habt es verstanden. Ich muss den Parcours meistern, sonst verliere ich alles. Und was muss ich hier machen? Oh nein, den Sprung kann ich doch gar nicht schaffen. Der ist so hoch. Okay, ich habe eine Idee. Und zack. Kein Trick, genau. Häng dich dran. Und jetzt musst du dich hochziehen. Dann los. Du musst Power in den Armen haben. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich versuch's doch schon. Und perfekt. Ich hab's geschafft. Okay. Sehr gut, sehr gut. Und dann los. Weiter, weiter, weiter. Es gibt eine Zeitbegrenzung. Du musst es dann an einer gewissen Zeit absolvieren können. Schnell. Okay. Ich hab's doch schon. Okay. Und zack. Ich werd mein Bestes geben. Hier muss ich mich wahrscheinlich ranhangeln oder so. Perfekt. Zack, zack, zack. Aber ganz vorsichtig. Es ist eine echt, echt dünne Kette. Okay. Ich werd mein Bestes geben, damit ich leer heiraten kann. Und zack. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh, das war noch mal knapp. Das war knapp. Du hast dich gerade noch so retten können. Hörst du keine vielen Tricks, Emlucky? Okay, weiter geht's. Meine Arme machen langsam schlapp. Okay, was muss ich denn jetzt hier machen? Ich muss auf das Seil hochspringen. Und ich werd's schaffen. Und zack. Perfekt. Wow, sehr gut. Du hast es hinbekommen. So weit waren wir noch nie, nicht wahr, Uckri? Oh ja, Oxi. Aber weißt du was? Ich hab noch immer Hunger. Wir haben nichts gegessen. Weißt du was, Emlucky? Wenn du den Parcours nicht schaffst, dann werden wir dich aufessen. Das ist klar. Dann bist du ein schönes Chicken. Wie? Okay. Dann muss ich das jetzt schaffen. Ich hab keine andere Wahl. Und perfekt. Ich hab's geschafft. Das nächste Level. Vorsicht, 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 Vorsicht. Das sind Blätter. Äh, Blätter? Äh, was soll schon mit denen sein? Na, die können leicht umknicken. Das meine ich doch. Oh, wahrscheinlich, weil ich zu viel wiege. Okay, das heißt, ich muss ganz schnell sein. Oh, zack, zack, zack. Perfekt. Ich bin drüben. Und was muss ich jetzt bitte sehr machen? Den Jump kann ich auf jeden Fall nicht schaffen. Der ist viel zu weit. Genauso, Emlucky. Du musst deine Krallen nehmen und dich ganz, ganz fest in die Wände damit schneiden. Okay, mit den Krallen in die Wände schneiden. Und eins, zwei, drei. Und zack, ich hab's geschafft. Wow, sehr gut. Okay, jetzt kommt schon der letzte Sprung. Und dann hast du es geschafft. Ja, da hinten wartet die Heiratsurkunde schnell, schnell, schnell. Okay, ich hab's verstanden. Ich muss den letzten Jump schaffen, damit ich jetzt endlich Lea heiraten kann. Äh, warte mal. Wieso will ich die eigentlich heiraten? Naja, egal. Ich werd's jetzt probieren. Und der letzte Jump. Komm schon. Let's go. Oh, nein. Ich hab's nicht geschafft, Freunde. Was soll ich jetzt tun? Oh, warte mal, Freunde. Ich hab eine Idee. Ihr müsst jetzt alle schnell liken und abonnieren, damit ich es schaffe. Und komm schon. In drei, zwei, eins und null. Okay, ich muss jetzt genügend Power haben und hier hoch erschaffen. Und, Freunde, bitte, bitte, bitte. Der letzte Jump. Und zack. Let's go, Freunde. Ich hab's geschafft. Ey, die Heirat steht vor. Die Heirat steht vor. Meine lieben Damen und Herren. Wir haben uns hier heute versammelt, um die Ehre zwischen Semlaki und seiner Braut Lea zu feiern. Genau, das wird so cool. Aber warte mal, mein Anzug fehlt noch. Dein Anzug fehlt noch? Ja, du hast recht. Jetzt zieh dir schon deinen Anzug an. Und zack, perfekt. Oh, wow, das sieht so cool aus. Und jetzt? Okay, Mr. Semlaki, bitte stellen Sie sich hier hin. Oh, wow. Oh, okay. Ich bin schon auf Position, Freunde. Ihr wisst, was das heißt. Und da kommt die Braut. Da kommt die Braut. Das ist Lea. Ne, ja, ja. Oh, Mann, Freunde. Wie süß ist das denn gerade? Bitte sehr. Okay, ich bin schon sowas ungespannt. Meine erste Heirat, Freunde. Wir möchten ihre Ehre und ihre Hochzeit heute ehren. Ich würde sagen, geben Sie sich einen Kuss. Los, los, los. Jetzt musst du deine Augen schließen. Ja, Lea, ich bin sowas unready. Na los, zügelt eure Zungen und... Warte mal, was macht ihr da? Ihr habt den Moment versaut, Freunde. Falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Und schaut noch unbedingt bei Ukri und Oxy vorbei. Lea hat keinen Kanal. Lea hat keinen Kanal. Und jetzt, Freunde, drückt schnell aufs nächste Video. Schnell, 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 schnell.